Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem nächsten Vlog. Ich bin gerade dabei, eigentlich diesen Vlog schon zu schneiden, aber ich habe gemerkt, ich habe weder einen richtigen Anfang noch ein richtiges Ende eigentlich. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal so und sozusagen einen Vlog im Vlog. Mehr oder weniger. Und ich war beim Picknick Open und habe da auch gefilmt und gemacht und getan, aber irgendwie, ja, so richtig nicht eigentlich auch. Und deswegen machen wir das jetzt einfach so. Also ihr seht jetzt dann den Vlog im Vlog vom Picknick Open. Viel Spaß. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Halle zum Picknick Open. Vielen Dank für die Einladung. Und da sind wir schon extrem gespannt. Chrissy ist diesmal mit. Und ja, wir gucken uns jetzt nachher Crow an, Sportfreunde Stilla und die anderen kenne ich aber leider nicht. Und ja, schaut einfach mal mit zu. Und ja, schaut einfach mal mit zu. Und ja, schaut einfach mal mit zu. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld, gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt, egal wohin du wirst, wir fliegen um die Welt, hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Jetzt sind wir endlich auf dem Rückweg. Es war ziemlich cool, ich kannte extrem viel nicht, aber ihr habt ja gesehen, es war mega cool, Pro als Sportis und am meisten haben mir die sportvolle Stille gefallen. Das war also der Vlog im Vlog und ich habe es glaube ich gerade eben schon mal gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wird ziemlich cool das Ganze und beim nächsten Mal wird das Ganze auch wieder ein bisschen geordneter sein, versprochen. Also von daher gucken wir da hinten um Albert, die zwei. Und ja, ihr seht, es wird jetzt ein bisschen regelmäßiger das Ganze und vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt bin ich auch wirklich raus. Bis dann, tschö.